Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem Video, das eigentlich schon viel, viel früher geplant war. Der Sommer hat sich selbst Sommerurlaub genommen. Bei mir hat es wirklich gefühlt die letzten vier Wochen durchgeregnet. Und dementsprechend hat das Video, was ich heute bringen möchte, keinen Sinn gemacht. Denn heute kommen meine Top 5 Sommer-Essentials, das heißt einerseits Klamotten, aber auch andere Dinge, die bei mir im Sommer niemals fehlen dürfen. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und meine Top 5 aufgelistet, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Am Anfang sei noch kurz gesagt, dass ich alles, was ich irgendwie verlinken kann, in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das heißt, das meiste, was mit Klamotten zu tun hat, findet ihr wahrscheinlich so eins zu eins in der Videobeschreibung. Falls irgendwer sich irgendwas nachkaufen möchte, checkt das sehr gerne aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Schreibt ihr auch gerne jetzt schon mal eure Top 5 Sommer-Essentials in die Kommentare. Vielleicht gibt es da ja ein paar Übereinstimmungen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go mit dem Video. Die erste Sache, die mir im Sommer wirklich ultra wichtig ist, ist die perfekte Badehose. Und damit meine ich wirklich nicht irgendwelche Badehosen, sondern wirklich gute Badehosen. Da ist mir vor allen Dingen das Komfortgefühl sehr wichtig. Ich glaube, das ist klar, dass man sich in der Badehose wohlfühlen möchte. Aber auch bei jemandem wie mir, der so ein bisschen darauf achte, wie er sich anzieht, der fit. Denn ich finde, eine Badehose muss irgendwo die perfekte Länge haben. Für mich hört das ganz knapp über den Kinen auf. So kürzere Badehosen sind eher nichts für mich. Weil ich finde, die kann man da wirklich nur tragen, wenn man irgendwie im Pool oder am Strand ist. Eine gute Badehose zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass man die quasi als ganz normale Shorts tragen kann, wenn man irgendwie abends nochmal unterwegs ist im Urlaub. Und das ist bei der Badehose, die ich letztes Jahr gefunden habe, der Fall. Wie es der Zufall will, ist sie tatsächlich von Stussy. War ja klar, dass ich eine Stussy-Badehose habe. Die finde ich aber nicht nur so gut, weil die von Stussy ist, sondern halt auch, weil die alles erfüllt, was ich gerade so beschrieben habe. Also die hat den perfekten Fit für mich. Die ist wirklich komfortabel zu tragen. Das habe ich sogar gemacht, als ich die in New York gekauft habe. Also ich weiß nicht, ob das in den Vlogs drin war. Aber ich habe die sogar selbst da direkt als Shorts getragen. Was auch noch ganz cool bei der ist, was aber sehr viele Badehosen haben, ist, dass die hinten so eine kleine Schlüsseltasche hat. Das heißt, da kann man, wenn man dann mal ins Meer geht oder in den Pool geht, einfach seinen Schlüssel rein tun. Ich finde, das ist eine ganz coole Sache, weil ich weiß persönlich nie, wo ich meinen Schlüssel am Strand hin tun soll, dass er nicht geklaut wird. Und das ist mein Sommer Essential Nummer 1. Gute Badehosen. Wir bleiben auch direkt beim Urlaubsthema und kommen zu Getränken. Für mich sind nämlich wirklich gute Kaltgetränke ein ganz großes Ding im Sommer. Ich habe da fast eine eigene Wissenschaft entwickelt. Jeder, der auf dem Stream ist, weiß, dass ich sehr oft sehr starke Meinungen zu bestimmten Getränken habe. Und dementsprechend habe ich hier heute als Beispiel dieses Getränk mitgebracht. Das habe ich sogar erst diesen Sommer entdeckt. An alle Portugiesen, Brasilianer und sonst Portugiesisch sprechen unter euch. Es tut mir wirklich leid für die Aussprache. Erstmal gucken, wie es wirklich ausgesprochen wird. Laut Google wird es so ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich bin bis heute nicht hintergekommen. Ich werde es wahrscheinlich auch niemals richtig aussprechen. Auf jeden Fall ist das eins meiner Lieblingsgetränke im Sommer. Meine Top 3 Favoriten sind Paulana Spezi, Gidas und an alle, ich weiß, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, Olodac. Das sind so meine Top 3 Solas, die ich im Sommer trinke und auch wirklich sehr, sehr gerne trinke. Aber auch darüber hinaus habe ich eine echt große Liebe für so Kaltgetränke. Immer wenn ich irgendwie in fremden Ländern bin, dann feste ich das Ganze aus. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Im Sommer liebe ich sowas einfach, obwohl ich abseits davon eigentlich fast nur Wasser trinke. Aber im Sommer muss das einfach sein. Weiter machen wir dann mit dem wahrscheinlich größten Essential aus meinem ganzen Kleiderschrank. Und zwar sind das meine Birkenstocks. Die trage ich generell immer, aber vor allen Dingen im Sommer trage ich die wirklich religiös. Sobald es irgendwie möglich ist, ziehe ich einfach meine Tennissocken an, irgendein Outfit und darauf meine Birkenstocks. Das sind einfach mit die gemütlichsten Slides, die es so gibt. Ich habe hier jetzt Hausschuhe, ich habe hier jetzt draußen Schuhe. Ich laufe dann mit in der Uni rum, in der Stadt, überall, wo es irgendwie geht. Generell sind Slides natürlich ein extremes Essential für den Sommer. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Suikoku Motocab, die auch wirklich empfehlenswert sind. Ich glaube generell jeder hat irgendwie so seinen Slide, den er im Sommer immer trägt. Seien Adiletten, Birkenstocks, Suikoku, die ich eben beschrieben habe. Yeezy Slides sind ja auch sehr weit verbreitet. Das wird wahrscheinlich jeder fühlen, wenn ich das jetzt sage. Ohne die geht es wirklich nicht. Das zweite und letzte Kleidungs-Essential aus dem Video ist eigentlich sehr banal und auch sehr weit gefasst. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es perfekt in meine Essentials reinpasst. Weil ich meinen Style, glaube ich, ohne nicht so weiterführen könnte. Und zwar sind das kurze Cargo-Hosen. Cargo-Shorts sind für mich ein sehr, sehr großes Essential im Sommer. Shorts generell sind natürlich ein Essential für den Sommer. Aber bei mir sind vor allen Dingen Cargo-Shorts extrem wichtig. Cargos sind ja generell mit so meine Lieblingshosen. Und dementsprechend liegt es eigentlich auf der Hand, dass die auch in der kurzen Variante sehr cool kommen. Bei mir ist ja diesen Sommer vor allen Dingen die, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Also hier die von Lola zu sehr weit vorne, die hatte ich jetzt echt schon sehr oft an. Die habe ich mir Anfang letzten Sommers geholt und letzten Sommer dann gefühlt gar nicht getragen. Und seit Anfang diesen Sommers, der eigentlich gefühlt eine Woche da war und dann zwei Monate Pause gemacht hat, habe ich wieder angefangen, die zu tragen und trage die seitdem wirklich echt oft. Weil gut fitende Cargo-Shorts halt auch echt einfach zu stylen sind und eigentlich in meinen Augen fast immer gut aussehen. Einfach eine Baggy Cargo-Shorts in einem coolen Farbton, weißes Basic-T-Shirt drauf, Wirkenstocks und das Outfit ist fertig. Und dementsprechend auf jeden Fall auch ein Essential von mir. Ich versuche euch den mal in der Videobeschreibung zu verlinken, weil ich meine, es gibt die in ein paar Stores noch. Die ist nämlich aus einer Lowlights-Kollektion, die glaube ich auch bei Zalando etc. verkauft wird. Dementsprechend versuche ich da irgendwie einen Link rauszufinden. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab. Vielleicht habe ich einen guten Funden. Falls ihr aber einer holt, ich bin 1,74, ich trage da eine Size L drin, geht eine Size ab. Ich finde die fitted ein bisschen zu klein bzw. zu slim, wenn man da true to size geht. Ist wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem Geschmackssache. Ich trage hier aber eine Größe größer, nur als kleine Empfehlung. Damit kommen wir auch schon zum fünften und letzten Essential aus dem Video, was eigentlich generell ein Essential für jeden ist, der sich irgendwie ansatzweise Gedanken macht, wie er sich anzieht. Und zwar ist das Schmuck. Schmuck trägt immer dazu bei, dass man das Outfit nochmal interessanter macht. Und dementsprechend gehe ich auch mal davon aus, dass die meisten von euch hier draußen eh immer Schmuck tragen. Aber ich persönlich achte vor allen Dingen im Sommer extrem darauf, wie und was für Schmuck ich trage. Ich bin da momentan zum Beispiel ein extrem großer Fan von so kleinen goldenen Pendant Chains. Ich habe da einmal hier die, die habe ich mir im Urlaub gekauft. Und ich finde so kleine, dezente Ketten, die man dann gut kombiniert, kommen extrem nice. Abgesehen davon habe ich natürlich immer meinen Perlenschmuck an. Also hier zum Beispiel meine Perlenarmbänder und meine Perlenkette. Die habe ich sowieso immer an. Aber ich finde, wenn man dann da so ein bisschen anfängt zu mischen und guckt, dass es halt zu einem selber passt, dann gibt man dem Outfit nochmal Persönlichkeit. Und vor allen Dingen im Sommer, wo man halt echt nicht layern kann, also jetzt nicht nur mal ein Podi über ein T-Shirt und darüber nochmal eine Jacke anziehen kann, um irgendwie ein bisschen Form ins Outfit reinzubringen, kann so Schmuck echt viel rausholen. Also guckt euch das Outfit an und dann das hier. Man sieht einfach, dass da ein großer Unterschied ist. Und das unter anderem natürlich, weil die eine Seite Schmuck anhat und die andere Seite nicht. Hier übrigens auch, weil immer sehr viele Leute fragen, wo ich so meinen Schmuck hole. Ich kann euch die Sachen von VHG Store empfehlen. Davon habe ich zum Beispiel die Perlenkette jetzt schon seit über einem Jahr und die hat seitdem echt perfekt gehalten. Hier die Sachen von Warp Zents, die Armbänder. Die habe ich jetzt zwar erst seit ungefähr einem Monat, aber hatte seitdem echt keine Schwierigkeiten damit. Ganz im Gegenteil, ich bin echt überzeugt von den Sachen. Hier die Uhr ist von Casio, die habe ich mal für 30 Euro auf Zalando geholt. Das ist einfach so eine Casio mit einem durchsichtigen Armband. Da konnte ich nicht schnell sagen, für 30 Euro ist echt okay. Und die Kette hier habe ich mal im Urlaub geholt. Das war auf so einem Hippie-Markt, würde ich sagen, auf Ibiza. Ich kann euch generell empfehlen, auch so Märkten bzw. Flurmärkten mal nachzuschauen. Da gibt es sowas echt oft gebraucht oder neu. Zu einem soliden Preis. Hier die zum Beispiel habe ich letztes Jahr wirklich für 20 Euro gekauft. Und die hat seitdem perfekt gehalten, abgesehen davon, dass der Stein in der Mitte rausgefallen ist. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für so Schätze, die man einfach auf so Mini-Märkten kaufen kann, wo man ansonsten wahrscheinlich niemals halten würde. Freunde, und das war es schon vom YouTube-Video. Eher ein bisschen kürzer. Ich glaube, ich nehme gerade so 20 Minuten auf. Ich denke, das geht dann runter auf so 7, 8 Minuten beim YouTube-Video. Ich hoffe natürlich dennoch, dass es euch trotzdem gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, in dem ihr schreibt, was so eure Summer Essentials sind, welche Sachen bei euch im Sommer niemals fehlen dürfen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der ein paar Sachen von mir führt. Ansonsten checkt, wie gesagt, die Beschreibung aus. Ich denke, ich finde auf jeden Fall einen Link für die Cargo-Shots und vielleicht auch noch für das ein oder andere Ding aus dem Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bald fangen auch die Urlaub-Vlogs an, auf die ich mich dieses Jahr schon die ganze Zeit freue, weil es nach Madeira geht. Ich glaube, die wären sehr cool. Checkt alle Socials aus, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Haut rein.